Auch Bäume brauchen von Zeit zu Zeit bestimmte Pflegemaßnahmen, um gesund zu bleiben und kein Sicherheitsrisiko darzustellen. Vor allem, wenn es um Problembäume geht, sollte man ausschließlich Profis ans Werk lassen, wie zum Beispiel Dr. Bauer Baum Service, für die auch schwierigste Aufträge ein Kinderspiel sind. Mittels Seilklettertechnik oder der Hub-Arbeitsbühne kann jeder Baum bearbeitet werden. Von der Baumpflege und Baumabtragung sowie Fällung bis hin zu Rodungen, Heckenschnitt und Endreinigung des Einsatzortes. Das fachkundige Team erledigt alle Arbeiten, die notwendig sind und das zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Dr. Bauer Baum Service – Ihr Profi für Baumabtragung und Fällung.